Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um unseren besten Freund Julian Zietlow und auch um Alina Schulte-Imhoff. Ich habe ja in den letzten 18 Monaten, wie die Zeit vergeht, sehr häufig über das Verhalten von Julian Zietlow hier gesprochen und jetzt lässt er sich, nicht sie, und nicht sie schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, Nein, er lässt sich jetzt scheiden. Manche Quellen sprechen auch davon, dass sie sich scheiden lassen. Ja, sei es drum. Ich werde mit euch jetzt hier eine Quelle durchgehen von der Bild, ein großer Artikel, den ich euch unten auch verlinke, wo ich so ein bisschen mit euch drüber plaudere und meine Gedanken darüber mit euch teilen möchte. Ich finde das schon ein starkes Stück, sagen wir mal so. Aber ja, die Bildtitel, Julian Zietlow lässt sich scheiden, alles aus mit seiner Alina. Und hier noch ein Bild aus glücklichen Tagen. Ja, und dann geht es hier weiter, dass Zietlow in seiner Story dann wie folgt schrieb. Zietlow sagt, für mich steht jetzt die Scheidung an. Dazu schreibt er, scheiden tut weh. Das sei ihm während seiner Indienreise klar geworden. In dem asiatischen Land habe er tief in sich hineinhören können und sei zu den interessanten Schlüssen gekommen. Bereits im August hatte sich das Paar getrennt. Nachdem die auch, glaube ich, erst im Juni, Juli zusammengekommen sind wieder. Nachdem er vor Tränen, ja, vor ihr auf die Knie ging und sagte, ich will dich wieder zurück. Und ja, also das ist doch irgendwie, weiß ich nicht. Klingt das jetzt nach einer Entscheidung, die bewusst, also sind das bewusste Entscheidungen für ihn oder ist das Spielerei? War das jetzt nochmal so ein bisschen Spaß? Da kriege ich die alte nochmal rum? Oder was soll das? Also ich sage es jetzt extra so salopp. Nicht um sie jetzt hier herabzuwürdigen, sondern wirklich die Gedankengänge eines Julian Zietlows. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, warum man so agiert. Also wenn man als Mann eine Entscheidung trifft oder auch als Frau, dann macht das Mann bitte richtig und nicht diese halbgare Scheiße. Also das ist doch irgendwie unmöglich. Und dann geht es hier noch weiter. Ginge es jetzt besonders nah, dass Alina mit den gemeinsamen Kids aus Deutschland weggezogen sei? Zietlow sagt, dann ziehen meine Kinder jetzt nach Dubai, die ich eh schon nach einer Woche so krass vermisst habe. Und Dubai ist nicht mein Lieblingsplatz. Ja, es geht nicht alles nur um dich. Ich muss aber auch sagen, Dubai, also sorry, das ist auch einfach nur eine Scheinwelt dort. Und wer jetzt Hitze mag und jeden Tag Hitze und Sand und aufgeschüttete Strände und vielleicht auch eine ganz beeindruckende Architektur und Schickimicki und ach hier esse ich mal und ja hast du schon den neuen Smoothie ausprobiert und nee, kennst du schon den Schönheits-Doc? Dann ist ein irgendwann, glaube ich, Dubai einfach nur noch zu, also ich hätte da keinen Bock drauf. Also zum Urlaub mal für eine Woche sich das mal angucken, kein Ding, ja, komme ich mit euch mit. Aber ansonsten will ich es sich nicht erleben. Also verstehe ich auch nicht so ganz, vielleicht wollte Alina aber auch ihren Kindern die Schule nach den ganzen Eskapaden von Julian Zietlow in Deutschland nicht mehr zumuten, weil in Dubai kennt die kein Schwein. Ja, und in Berlin kann das, glaube ich, schon unangenehm werden für die älteste Tochter, was er da von, ja, und ganzen Bilder, es gibt Nackedei-Bilder von Julian Zietlow, die nicht, sondern nicht vorteilhaft waren, sagen wir mal so. Also da war das Gerät nicht voll ausgefahren und er scheint auch eher der Team-Glutpenis zu sein, ja, und das hat er dann da alles geteilt. Das sind ja alles Dinge, ja, die ich durch euch, ja, ich muss das noch nicht mal selbst recherchieren, ich kriege das ja von euch zugeschickt. Ja, guck mal hier, der Dödel von Zietlow. Ja, hätte ich gar nicht drauf verzichtet. Aber gut, der Influencer gibt mit Tränen in den Augen zu große Angst vor dem Alleinsein und der Einsamkeit zu haben. Also nicht, dass er Angst hat, den Kontakt zu seinen Kindern nicht ausreichend zu haben oder vielleicht auch Angst davor zu haben, was falsch gemacht zu haben, sondern es geht jetzt nur um sein Gefühl, das Alleinsein, es geht jetzt nicht um die Kinder, ja, das ist schon sehr beeindruckend. Zietlow erklärt, beim letzten Mal vor ein, 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 zwei Jahren war das ja so, dass ich direkt eine Freundin hatte und das war einfacher, meins aber Kate. Ja, da gab es ja schon wieder diese Gerüchte, dass sie, weil sie hat ja so ein Bild gepostet und dann sah das Bein so aus wie Julian Zietlow, der ja schon drüber berichtet. Und ja, ich würde jetzt auch sagen, es ist jetzt weit hergeholt, es kann jetzt einfach ein Männerbein gewesen sein. Ja, ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich war es, aber dann wisst ihr ja, dass ich jetzt nicht in Dubai war. Nee, in Dubai bist du ja, in Thailand nicht. Also ich bin ja die ganze Zeit hier, leider Gottes, und nicht in Thailand, aber gut. Dann geht es hier weiter, Julian und Alina haben zwei gemeinsame Töchter und ja, dann ist hier noch ein bisschen darüber so ein bisschen ein Thema, was in den letzten Jahren dort passiert ist. Und am 25. Juli, also das sind ja noch nicht, das sind jetzt keine Jahre, das sind jetzt erst zwei Monate, wurde erst ein Video geteilt. Das ist noch nicht mal ein Vierteljahr her, wo Alina mit einem klitzenden Ring zeigt und sie schrieb dazu, she said yes, alles schien perfekt, doch dann ging die Trennung im August. Jetzt steht die Scheidung an. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ihr könnt mich gar nicht korrigieren, wenn ich da was falsch verstanden oder falsch interpretiert habe. Fakt ist, es wird nicht nur so getitelt bei der Bild, nein, ich gehe jetzt davon aus, dass Julian Zietlow und nicht Alina Schulte im Hof, Also nicht die, die die ganze Zeit beschissen wurde, scheiße behandelt und die komplette Familie von ihr auch noch, also nicht nur sie als Person, sondern auch die komplette Familie gedemütigt wurde. Mit Instagram-Postings von Julian Zietlow, die nicht provokanter hätten sein könnten, ja, von Mini-Heimatfilmchen, die da gefilmt wurden, also ihr wisst ja, was der da alles geteilt hat, ja, bis hin zum Regentanzen mit der neuen Flamme, wo sie auch noch nicht so lange getrennt waren, was man auch nicht macht, ja, dass man da irgendwie irgendwelche Instagram-Stories mit der neuen Flamme postet, weil man weiß, okay, meine Ex ist hier unter Tränen vielleicht noch mit der Trennung beschäftigt und meine Kinder sehen das auch irgendwann, aber so ist das dann halt, wenn man seinem Highest Excitement die ganze Zeit nur folgt und nur noch an sich denkt. Und ist das jetzt gut für ihn ausgegangen? Ich würde sagen, nein, er hat jetzt Angst vor der Einsamkeit, denn er hat jetzt auch seine Kate, seine nächste große Liebe ist ja auch gegen die Wand gefahren, vielleicht kriegt er die auch nochmal für einen Monat zurück, muss er nochmal mit Keynamen vielleicht auswürfeln, wer da zuerst darf, keine Ahnung, wie das da bei denen läuft. Während man da Rape oder HP raucht und zu sich nimmt und eine bewusstseinserweiternde Maßnahme nach der anderen vollübt, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr, 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 sehr befremdlich und sehr, sehr traurig und auch demütigend für sie, dass sie das nicht getan hat. Ich glaube, die liebt den einfach so abgöttisch, dass die vielleicht sogar wirklich überlegt hat, da noch längerfristig das laufen zu lassen und zu gucken, ob der vielleicht in fünf Jahren dann nochmal die Kurve kriegt. Ich weiß es nicht. Das 100-Jahres-Programm hat auf jeden Fall nicht gehalten. Hat jemand noch dieses 10-Wochen-Programm? Gibt es da noch Support? Wie läuft das Business bei denen? Kauft ihr noch Rocker-Produkte, die das jetzt hier, weil viele kennen die ja wirklich noch als erfolgreiches Pärchen und haben auch die Produkte konsumiert. Ich habe sogar auch mal dieses Rocker-Pulver da getrunken. Das sah dann aus wie Schlumpfbrause. Da war da ein bisschen mehr Leuzin drin. Also Leuzin ist eine Aminosäure, die auch gut für den Muskelaufbau ist. Das hat er dann ganz groß angeworben, dass er der Einzige ist, der da so viel Leuzin drin hat, wer sich noch erinnert. Und ja, es war im Prinzip Süßstoffblöde, wie er ja später selber zugab. Und man hat es auch beim Geschmack gemerkt, dass das schon sehr hart an der Grenze ist. Und ich muss auch sagen, ich habe mir diese ganzen Proteinshakes, ich wirklich eine Zeit lang ganz gut im Training war, so übertrunken, ich kann das irgendwie, kriege das, irgendwie habe ich da eine Abneigung gegen entwickelt, diese Scheiße da noch zu trinken. Vor allem, wenn man auch diese ganzen Influencer ja auch hinterfragen muss, wenn man sich die ganzen Leute da anguckt. Also gut, sie hat eigentlich eine wunderschöne Villa mit Pool im Kronewald. Muss man da jetzt den Kindern Dubai antun oder schützt man sie dadurch vielleicht auch? Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich finde Dubai und das Dahinziehen eigentlich auch schon charakterlich so unterirdisch, dass ich von ihr jetzt auch kein großer Fan bin. Ja, und auch noch nie war. Aber, na gut, das ist jetzt nur meine bescheidene Meinung. Ich bin heute wieder fies, oder? Boah, ihr könnt ja mal fies unten reinschreiben, wenn ihr das auch, oder bissig, ja. Wenn ihr das jetzt auch so ein bisschen fies und bissig von mir feiert, aber durchaus vielleicht auch, dass Salz mögt, also schreibt auch gerne Salzig und rein für den Algorithmus, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, wenn ihr das auch mögt. Und dann soll es das für heute hier gewesen sein, aber boah, das ist schon hart, oder? Eine Demütigung. Sondergleichen, ja. Der Beschissene oder der Betrüger haut noch die Scheide raus. Also schlimmer kann es ja nicht sein, oder? Das muss doch eigentlich von ihr dann kommen. Mein Gott. Bitte. Bis dann und ciao, ciao.